hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und heute geht es darum warum vordergriff eine der besten wenn nicht die beste aufsatz für eure waffen ist und zwar wir nehmen jetzt mal einfach die bl ich denke mal das ist so eine mittlere bis long range ungefähr und wir halten jetzt einfach mal drauf so ich habe nichts gemacht mit dem ding schauen wir uns mal den rückschluss an nichts gemacht und ich habe hier eine komplett leere klasse dann nehmen wir jetzt einfach mal die und bringen uns um und dann schauen wir mal wie es beim vordergriff aussieht wie auch vorher ich habe nichts gemacht ich habe nichts reguliert und so sieht das mit vordergriff aus also man sollte eigentlich meinen die bhl ist eine präzise waffe aber wenn man das hier sieht ist das nicht unbedingt sehr präzise wenn man das hier sieht ist das sehr präzise und das ist ja schon eine ganz schöne reichweite würde ich mal behaupten von hier bis dahinten also vordergriff kommt auf die waffe an reduziert den rückstoß bzw erhöht die genauigkeit um 15 bis 30 prozent und das ist schon einiges würde ich doch mal behaupten also würde ich sagen probiert einfach mal vordergriff auf aus probiert mal vordergriff aus auf waffen die viel rückstoß haben wenn die waffe selbst schon wenig rückstoß hat dann macht das keinen so großen unterschied aber ich denke mal dass hier hat schon einiges zeigen können ich bin raus ich wünsche euch noch einen schönen tag wenn euch solche videos gefallen also advanced warfare tipps und tricks und so weiter dann das doch eine positive bewertung da und wenn jetzt noch nicht getan habt auch ein abo ich bin raus hat er macht den bildschirm aber nicht kaputt und euer random tschüss